Kapitän, bist du gut? Ich bin gut, und du? Ich bin unverletzt. Gut, ich will dich voran treffen. Sei vorsichtig, Kapitän. Ich habe eine Drohne. Gut. Ich habe irgendwie Angst gerade. Da rollt wieder was. Ah, da büste Winner. Ich geh zu weit, ich geh zu weit, ich bin voll in die Drohne rein. Was ist? Hab ich die Drohne kaputt gerannt? Autsch. Mine. Ich bin da, wo wir hin müssen. Der Drohne, da unten gehts auch weiter. Das ist ein riesen Schiff. Was ist weg? Sie hat's überlebt. Das sind Selbstmörder-Drohnen irgendwie. Deine Schiffen sind voll gegen Spock. Die anderen im Schollern, die Terrors in... Jetzt kommt's! Oh, oh! Oh, oh! ist mein haustier jetzt ist voll süß wie nennen wir sie günther oder peter du kannst es nicht bedienen siehst du drüber klettern da geht es nur kaputt mit wie gesagt du kannst es nicht bedienen das ist windows 9 das ist noch besser als windows 8 schon nett ist aber und jetzt der lift geht runter armes herz das ist saugeil mit dem sohn ist mir gar nicht aufgefallen jetzt bisher ja das habe ich auch nur jetzt durch noch ein chip jetzt habe ich dann den schilder die lassen uns alle für uns arbeiten wenn man nicht nur die neuer arbeitgeber ist viel besser als euer alter Wir folgen zwei Stöcke. Da ist er. Windows 9. Scheissi! Da läuft er. Er hackt in unser System, aber wir haben alle Kontrolle von Shuttle Bay verloren. Wir holen ihn. Haps. Haps. Gut. So kann man ja nachbauen. Mit dem Ding, mit dem... Ich brauche erstmal hier oben die Steuerungskonsole. So, du musst mir Feuerschutz geben. Ich versier's durch das Ding zu machen, durch die, ähm... Geht's? Keine Ahnung, der ist abgehauen. Bis der den über den Trieb hat. Geht's? Da ist der Leutnant. Wo denn? Wir hacken in unser System. Wir blocken alle Kontrolle. Wo ist er? Ich knall ihn ab, ich geh das Ding an. Okay, du musst. Da ist er. Oh Gott, der ist weg vor mir. Hier. Der ist direkt vor dir. Der ist direkt vor dir. Der, ich weiß. Der ist verpackt. Jetzt die Tonen. Kommt schon, Jungs. Hey, woher haben wir euch eingestellt? Ist und dann... Ja. Kommt weiter so, weiter so. Weg! Ja! 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 Warum ist er weg? Diese Kreaturen haben eine gewisse Anatomie. Es scheint, dass er nicht in der Bewegung ist. Aber wie lange, ich weiß nicht. Ah, großartig. Ich weiß nicht. Ein Mindmeld? Bist du schon? Lieutenant Ahura kann nur ein klein Teil ihrer Sprache entdecken. Ein Mindmeld ist unsere einzige Option. In case er rauskommt. Something ist passiert, Spock. Was hast du da gerade gemerkt? Was hast du da gerade gemerkt? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich muss hier irgendwas machen. Ich kann leicht steuern. Echt? Ja. Kommt bitte raus. Ich muss die Kugel auch anfangen. Da bist du. Ich muss die Kugel auch anfangen. Da bist du. Da bist du. Dürfen ist das noch. Hmm. Hm. Hm. Das ist nicht mein Rollfall, Kamad. Hey, wo sind jetzt? Ich muss die nächste in eine Erinnerung fahren. Hapsa. Hapsa. Hapsam. 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 Und die restend. Hapsam. Das ist ja richtig dramatisch. Hm. Na, nächstes. Na, das ist unser Fehl. Hm. Das ist was passiert. To New Vulcan. Ja, aber wenn wir doch den jetzt haben. Hm. Nichts. Einmal. Ja. 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 Entschuldigung. Oh, du hast meinen Geist, Commander. Und du musst das Voodoo-Mind-Meld-Thinge mit meinem Gesicht machen. Bloß nicht schon wieder Raumkampf. Bitte nicht. Willkommen in einem fremden Universum. Juhu! Erstmal Ansichtskaptien mitnehmen. Auf dem Schrein. Es erscheint, als ob es das gleiche Planeten ist, als wir während der Mind-Meldung, Captain. Haben sie uns spottet? Es erscheint nicht so, Sir. Wenn die Enterprise nahe der Ripp, sollte die Interferenz uns hängen. Perfekt. Chekhov, take the control, Sulu. Du, du musst uns da unten. Unsere einzige Chance ist, wenn wir eine Shuttle-In-Meldung flyen. Aber die Wahrscheinlichkeit nicht sehen uns sind... Ich habe total faith in dich. Bones, du bist mit uns. Was? Warum muss ich gehen? Jim, ich bin ein Doktor, nicht ein Covert-Agent. Precisely. Und als Doktor, du könntest unsere einzige Hoffnung in defeating die Gord. Wenn du kannst, ein Antidote zu der Venom finden können wir definitiv haben. Oh... Dammit. Chekhov, wie viel Zeit haben wir? Wir haben. In der aktuellen Zeit der Kontrakte, das Ripp wird in ungefähr sechs Stunden geschlossen. Chekhov, ich will die Enterprise zurück auf der anderen Seite der Ripp, bevor es geschlossen wird. Nachdem du zurückkommst, richtig? Wenn wir zurückkommst. Wenn wir oder nicht zurückkommst. Warte. Was? Captain? Das ist ein Direktor, Herr Chekhov. Ich will nicht, dass ich diese船, und meine Kruhe, in der Ripp von diesen Dingen, wenn wir da nicht rauskommen. Ich habe gesagt... Spock, Sulu, Bones. Mit mir. Chekhov. Ich bin auf dich. Bones, wir gehen. Bones, wir gehen. Wir sind nach dir, Jim. Geräusch. Nicht mich da unten. Wir sind nach dir. Oh! Gornplanet? 2259.33 Uhr. Schön, han. Ich habe gleich noch ein Irgendwas gefunden, aber ich muss sie hier oben legen, Herr. As long as we land safely, I don't care where you put us down. Sparks, readings indicate they are a separate species from the born. They do not appear to be hostile. How do you know? I do not. Comforting. Curious. Their biological makeup appears ill suited for this type of environment. Could the born draw them here? It is highly probable. I would advise that we lower our weapons before we make additional enemies on this planet. Stand down. Spock, if you are wrong, if I am wrong, then Starfleet will mourn all of us. Swiss no marketer. We have to find a way off this mountain. Let's get moving. I too. I too. I too. Also a bit of something. A bit of something. A bit of something. A bit of something. But I want them all of us not to do. I too. They are actually very nice. Yeah. Maybe they are going to sit. Transponder frequencies are coming from beyond this ridge. Oh, looks like I have to jump. Sula, can you fix that shuttle? I think so, sir. But it may take some time. Try not to take too long. If anything goes wrong, we may need to get the hell out of here pretty quickly. Aye, aye, sir. Uh, you know what? I'm coming with you. What? You think I'm only useful in sickbay? I was trained at the same academy that you were. You took all the same courses. You passed every exam. Hell, I even graduated. Hm? Der. Is the last. Oh. Check. After you, Doctor. Ha ha ha. Oh, my goodness. Ha ha ha. Yeah... Yeah, I'm second thought I might be better suited back here. I could help out on the shuttle. Get a head start on that antidote. Haha, good idea. Wir brauchen die Radio-Tower zuerst. Wenn wir nicht versuchen, das ganze Universum zu retten, könnte das eigentlich Spaß sein. Wenn du so sagst, Kapitän. Alter! Was ist das? Ey, wenn ich das wüsste... ... würde ich da auch nicht so haben. Oh! Sorry, oder? Ach so. Irgendwohin weggeflattert. Ich hab schon gedacht, das wär beim ersten Versuch, das wär... ...also Falltasten. Ich muss wieder überwärts gehen. Versuch, die Viecher schnappen. Wer schnappt? Die Vögel da. Ach so. Ey, ich muss nicht. Ach so. Ich wollte das nur ein Wünsch, der Wüste ist mir tot. Na! Das war's. Nee. Ich bin durch Nielstein durchgeflogen. Ja, ja, ich eben auch. Gott! Ich seh nix. Ah! Der zweiten Versuch? Wow! Ist weg? Nee, laden. Das sieht gut aus. Oh, ich merke mir ein bisschen nach Folge 2500 durch, ey. Ist ja das nächste LP aller Zeiten. Die Tauere, die uns schnappen, ist vorne. Ich schnappen nicht weit, wenn die Tauere noch operativ bleibt. Na, lass uns raus. Jetzt, nur noch eine... Die Toppenkoks-Meikraft-Fall. Das bleibt, um es zu beurteilen. Kann jemand dir sagen, dass du ein bisschen ein Downer bist, Spock? Ja, Kapitän. Du sagst mir das mit großem Frequenz. Ah, ich... Nö... ...lach nicht so. Ich würde ergeben, müssen Sie sich feststellen. Der Silenz ist ziemlich unzettelnd. Stattlich nicht alleine. Fisch auf! Ja, wir können ja auch schon. Können wir auch schon. Können wir auch schon. Ich freue mich auf einen Blick. Ist weg, ist weg, gut. Ob ich es faltet hast, bin ich da. Noch läuft. Die sind doch vielleicht weg. Okay. Ist halt vertyped. Es läuft.